Stimmung, das ist die Minderheit, der Antrag ist abgelehnt. Wir gelangen nun zum 36. Punkt der Tagesordnung. Bericht des Ausschusses für Konsumentenschutz über die Regierungsvorlage 4.9 der Beilagen Bundesgesetz, mit dem das Verbraucherbehördenkooperationsgesetz, das Telekommunikationsgesetz und das Wettbewerbsgesetz geändert werden, 4.50 der Beilagen und bevor wir fortsetzen, meine Damen und Herren, habe ich die Sitzung zu unterbrechen für eine Stehpräsidiale. Ich unterbreche die Sitzung. Vielen Dank. Vielen Dank.